Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Hot Toon. Ich bin Sir Pyron und ja, letzte Runde haben wir mal übelst gefickt, würde ich sagen. Nein, war eine gute Runde, war knapp. Ich hoffe, wir kriegen wieder so ein easy target. Ich finde, ja, irgendwie finde ich Warlock ist cool. Die Karten gefallen mir auch sehr. Das Einzige, was an Warlock halt nervt, ist, dass du jedes Mal Leben verlierst. Du musst halt so einen Ausgleich finden, weil die meisten Karten kosten dich halt einfach Leben und das ist halt Bullshit. Und das wird gegen den ein kleines Problem, weil er sich heilt. Harry Dragon ist cool. Das ist auch cool, das nicht. Vielleicht brauchen wir mal nicht. Oh, Jet Enferner, jetzt schon. Egal, Harry Dragon ist schon mal fett. Will ich irgendwas rufen? Ja, komm. Kann ich nächste Runde eine Karte ziehen? Er überlegt, ob er seine Passive machen soll. Wir spielen gegen Lund. L-B-U-M-D. Peace. Ah, cool. Er denkt sich jetzt Warlock-Deck, aber nee, mein Freund. Keine Angst, das ist die einzige Warlock-Karte. Äh, Murlock. Nicht Warlock. Wtf. Ich habe gerade irgendwie voll Bock auf Hearthstone. Wer ist denn da online gekommen? Oh, der Robin. Oh nein. Wtf. Hat er den jetzt geboostet? Ach, nee, der hat von allen die HP runtergesenkt. Hm. Demons. Oh, look. Into your hand. Okay, nice. Nice. Get down. Noble Sacrifice. Ja, das war Bullshit. Ich hätte nicht in einem Fall gehabt. Aber egal. Zunächst rufen wir den und der kriegt wieder 4, 5. Der hat wieder 4, 7. 4, 7 hat er dann. Oh, nice. That's cool. Ah. Well played, sagst du? Find ich auch. Hm, 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 hm. Knife Juggler. Cool. Das war gar nicht für mich. Und wenn du... Okay. Ah. Out and run. Ah. Ähm. Ready for action! So. Well played. Hm-hmm. Danke. Freut mich, dass dir mein Kampfstil gefällt. Whenever one of your other minions dies to a car. Oh nein. Oh nein. Wo ist das? Oh nein. Basti. Doe ein der Bullshit. Wanna blow something up? Put a random demon from your hand into the battlefield. Oh mein Gott. Nice. Oh fuck. Komm. Ah, ok, wenn er stirbt. Ganz vergessen. Ähm. Wir machen den Platz. Den Platz. Yay, und der Richtige kriegt auch noch HP. Das ist gut. Das ist sehr gut. Oh nein, jetzt wird der 4-1. Das ist nicht sehr nett. Äh. Gut, Battle Cry wurde nicht ausgelöst. Uh, cool. War gut. Findest du den Zug nicht auch well played? Den findest du nicht so nett. Warte klar. Handle ihn! Okay. Okay, jetzt ruft er seine Armee. That's not so nice. Nerubian Egg. Der macht den Cut. Der macht den Cut. Der tickt einfach die. Einfach weil wir es können. Dann rufen wir das. Wir machen das. Okay. 6,7. Nice. N1, N1. Mal gucken, was der noch so... Ich weiß, Palla ist so der Typ, der einfach so dein... Dein Attack auf 1 senkt, deine HP auf 1 senkt und so. Ist eigentlich vollkommen okay. Wir schauen uns jetzt mal an, was der... Okay, kein Noble Sacrifice. Das ist schon mal gut. Das ist nicht schlimm. Ah ne, brauchen wir noch nicht, würde ich sagen. 3 damage zu allen, ne? Okay. Der heilt sich. Er macht Nachgang. Er macht Nachgang. Er macht Nachgang. Dann machen wir... 10. So. So. 7. Wir machen den 10 Schaden. Na das ist doch schon mal was. 1. 3. 5. 6. 5. 6. 8. 6. 8. 8. 9. gewonnen sagst du? haben wir neues oder vielleicht doch WTF? warum hält der sein eigen? machen wir das machen das egal gewonnen 2 von 5 das ist doch schon mal nicht schlecht destroyer minions haben wir auch schon geschafft nice da ja wir sehen uns in den nächsten folgen bis dahin viel spaß noch ciao